Antenne Bayern, der weiß-blaue Wochenrückblick. Schulbusse, ja da sind viele zu voll, drum hat die Antenne eine fette Kontrolle gemacht. Und wir haben in Bayern entdeckt, wie sich kleine Kinder oft vergeblich strecken nach dem Haltegriff. Es ist eng und laut. Tiertransport wäre wahrscheinlich so niederlaubt. Äh ja, Rekordgewinn beim Handelsverband. Wir warten weiter auf Winter im Bayernland. Wir schauen Dschungelcamp und wir schauen's nicht, wie so mancher Z-Promi speibt und bricht und sich zum Affen macht. Wie heißt der nächste Gang? Das ist ein Cuvée von gemixten Riesenmehlwürmern mit einem Hauch Kakerlake im Abgang. KW4 OMG, der ADAC, hat die Zahlen geschönt. Oje, Mini, die gelben Engel in der Krise, oh das ist nicht fein, heißt Transparenz, die lassen jetzt jeden rein. Der Buhmann ist gefunden, jetzt wird draufgehauen. Wenn man so einem großen Mobilklub nicht mehr vertrauen kann, wen kann man da noch vertrauen? Na, der NSA zum Beispiel. Ja, wieder eine Woche ist jetzt rum. Hört's Antenne Bayern, dann sterbt's nicht dumm.